Ja, insgesamt gesehen, ich denke, ja, wir haben getan, was wir machen konnten. Wir hätten eventuell hier und da vielleicht ein Play mehr gebraucht, um eine Truppe wie Bozen in größere Schwierigkeiten zu kriegen. Aber dieses Hätte oder Wäre ist für die Katz über die fünf Spiele einfach Bozen, muss man auch ganz klar sagen, die erfahrenere und die abgeklärtere und dementsprechend auch die bessere Mannschaft.